Hallo liebe Film- und Sammlerfreunde, recht herzlich willkommen zu diesem neuesten Infovideo. Heute ganz schnell neue Mediabook-Veröffentlichung von Ike Media. Am 14.06.2019 wird der Film Enemy Mine, Geliebter Feind, in zwei Mediabook-Varianten veröffentlicht mit Limitierungsnummern 555 und 444. Ab dem 17.05.2019 ist das Ganze vorbestellbar auf www.ickemedia.de Und das gleiche Spiel gibt es dann auch nochmal mit Alien vs. Predator Teil 2. Das kommt direkt in drei Mediabooks daher, jeweils limitiert auf 333 Stück. Auch hier wieder Ike Media exklusiv. Das Ganze kommt ebenfalls am 14.06.2019 auf den Markt und ist ab dem 17.05.2019 ebenfalls auf www.ickemedia.de vorbestellbar. Wer Ike Media jetzt nicht unbedingt kennt, ja, Ike Media ist meiner Meinung nach berühmt-berüchtigt durch seine ganzen Neuauflagen bereits vergriffener Nameless-Media-Books. Wir hatten da ja schon den Punisher gehabt, Jeepers, Creepers, Terrify jetzt vor kurzem. Auch von Hitcher gab es ein neues Mediabook, also alles was irgendwann schon mal bei Nameless ausverkauft war, kommt dann hier in neuen Cover-Varianten auf den Markt. Im Falle von Alien vs. Predator und auch von Enemy Mine werden das höchstwahrscheinlich einfach Repacks der bisherigen Discs sein. Das war es dann auch jetzt schon für heute. Ich hoffe, die Informationen konnten dem einen oder anderen weiterhelfen. Ansonsten verabschiede ich mich für heute von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.